Herzlich Willkommen Leute zu Counter-Strike Global Offensive mit Maru und mir. Hallo, Inferno. Nein, ich bin in Rang gesunken. Ich hatte schon eine Knarre gehabt und die hole ich mir wieder. Jetzt ist Inferno, da treffe ich auch mal was, da jetzt kurze Dinge. Haben wir ja nur eine schlechtere Gegend. Hoffe ich. Drei Evo. Ich muss einfach nur, der hat eher so ein grünes Ding, das ist total ekel. Wir haben auf jeden Fall einen Dreier-Clan auf jeder Seite. Jeder hat auf Gegend. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht immer vor die Flinte renne. Häng. Was ist die Sekunde noch los? Ich kann mal ausstehen hier. Ich war ein Glockenspiel. Ah, was geht los? Da fehlt der Gong. Warum haben die Kamera keinen richtigen Gong dabei bei den Glotten? Dann versuche ich es auch mit der USP. Nein, ich nehme dir die Granate mit. Kannst du trotzdem. Ja, aber dann habe ich ja kein Geld mehr. Ich hole jetzt 5. 200 Zacken habe ich noch, manche haben 0. Ja. Flashbang könnte ich mir, glaube ich, noch kaufen. Ich glaube, die kosten nur 200. Ja, ja, ja. Hey, stimmt schon. Eigentlich musst du den ganzen Futter mitnehmen. Ich glaube, die warten. Im Haus ist auf jeden Fall was. Ja. Kommst du mit in den Haus? Dann mit, falls es so lange geht. Jo, jo, jo. Boah, da kam ein Huhn und ich habe geschossen. Ah, hinter uns. Mitte. Im Arschgang ist nix. Im Arschraum. Ja. War einer seit Mitte gewesen. Bist du schon weiter? Ich bin am Spot jetzt. Ja. Sandkasten Shake. Ich guck mal von oben vom Balkon. Dann kann ich ja beides sehen. Ich glaube, bei mir im Haus ist einer. Ja. Ich guck bei dem Haus, weil sonst kann ich alles andere sehen. Okay. Den habe ich. Oh, skilly. Nice. Cool, ist der Sandkasten. Ah, hinten. BCD Base. Hinten der Ecke. Noch einer. Spider hinten jetzt. Fight jetzt. Ja. Unter Meeren. Gott, nein. Nicht schlecht. Du fliegst da. Jetzt du fliegst da. Perfekt. Get ready, get ready. Kill ihn noch. Kill ihn noch. Nein, Manni. Schieß doch auf seine Rübe. Er hat sich doch nicht mal bewegt. Ja. Wollt sie ja schießen lassen. Dann haben wir alle geholt. Lock 18 Experte. War lustig als du das bekommen hast. Wurde 20 Schuss für den eingebracht. Oh, Experte. Probe. Das ist total der Profi. In der Mitte. Keiner da? Doch, hier im Balkon. Hundegang auch. Oh. Ja, ich halte aber auf City Base. Ach, der hat mich gut. Oh, 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 der ist gut. Und immer noch oben im Hundegang. Der lebt immer noch. Ich wollte eigentlich jetzt auch fahren, dass sie nicht solche T-City Base hoch machen. Jetzt ist der Downhundegang. Ja. Sehr schön, sehr schön. Schön, schön. Schönes Ding. Hast ja eine MP gekohlt. Das war besser sogar als meine Taktik. Sehr gut gemacht. Wie war's? Da kommen sie. Ach, von hinten. Ah, das brauche ich hinten. Einer ist schon am Spot. Oh, da haben die auch einen Kurskranz hinverliegt. Nice, du Sikro. Also direkter Sikro. Ich weiß nicht, aber es ist ja eigentlich besser erst mit einer MP anzufangen, weil die ja keine gute Waffe haben können. Naja, war richtig. Ich bin davon ausgegangen, dass ich ein paar Kill tue. Und selbst, ähm, quasi wenn ich sterben soll, haben sie nur eine MP von mir und keine richtige Waffe. Ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass ich mich erwischt. Aber ansonsten halt, die MP ist halt genau wie die sind vorne. Du kannst halt gut rushen, weil du halt auch gut Munni hast. Du hast den Fortnite, die keine Knarre haben können. Den Nachteil hast du halt, du kannst nicht durch Wände und Kisten schießen. Weshalb ich dann die MK gekauft hab. Da war ich davon ausgegangen, ich schaff's noch mit, die Bombe zu planten und alles. Ah, ich glaub wir wollen Rampe rushen. Also ich mit dabei bin. Dabei! Okay, wir waschen nicht. Eine Flashbank ist quasi auf dem Rush. Ich halte mal nach hinten aus, schau. Flashbank, klar. Einer von uns macht halt schon bitte gut Stumpf. Oh gut, wir haben einen Fall, weil der Fortnite-Emile hat eine Granate erwischt. Oh, Flash. Super Flash. Ah, ich seh nix. Und drauf. Okay. Okay. Bomb has been planted. Guck ich Banane rein. Der von uns der an As lebt auch noch. Bete Base, einer down. 2 down. Banane. Ach, die ist schon wieder der Typ, ey. Was dachte ich denn diesmal kriegt? Den wollt ich mich ja nicht anlegen. Bummer's. Passt jetzt nicht mal. Terrorists win. It is going to explode. Mhhh. Ah egal. Da war ja nix. Da war ja nix mehr übrig von der Bombe. Jetzt hab ich ne Flashbang. Yay. Throwing a Flashbang. Ich finde auf jeden Fall, dass die Flashbangs ein Potenzial haben zu grieven. Das ist das Problem. Dash und Smoke kannst dein eigenes Team viel besser aufhalten für das Gegner-Team. Ich bin erst gesmoked. Oh. Oh. Hinten in der Ecke bei B. Oh Gott, wie mies. Wo seid ihr drauf schon? Wir waren auf B drauf, aber einer hat hinten in den Sandsäcken gewartet. In den Batonsäcken. Bombe ist im Haus gleich auf A. Nein. Wir sind im Sandkasten. Wir sind im Sandkasten. Einer ist CT-Bass hinten am Sandkasten jetzt. Das ist eigentlich der MA-Sport hinten, am Landkasten jetzt. Das wäre eher ... Nein, das war ja nicht. Das ist ein B-Walsch blöde. Let's go, let's go! Hast du wieder eine Abo? Nein. Kein Geld. Jetzt ist keiner da. Guckt aber auch keiner mit, ne? Also einer steht hinten links. Nein, er hat nicht. Zwei hinten links. Einer sitzt in CTBs gerannt Richtung. Oh. 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 Nice. Das ist ein CTBs. Sandkasten am Blauen ist tot. Blending. T-Base ist okay. CTBs. Dann ist Sandkasten und guckt Mitte. Steckt sich jetzt in der Wand. Guckt Richtung CTBs. Das ist ein CTBs. Das ist ein CTBs. Ja. Oh, er hat eine Abo. Ups. Bei mir einen Headshot mit der eine. Der AK, ja. Der AWP-Hatshot ist tödlich direkt, oder? Ja. Auch auf Team-Mates. Moved it. Auch mit? Mit Helm? Egal. Da bist du weg. 450 an Gegnern. 200 und an Verbündeten. Okay. Raschen wir B. Pass auf, sie sitzt hier hinten in den Sandsäcken. Einer. Wollen wir noch eine Flashbang auf A, auf D? Ich habe die Bombe. Oh, hinter mir. Einer ist noch hinten im Haus gewesen. So wie das wird man den Leuten hinter sich vertraut. Ist immer noch auf dem Spot drauf. Ich könnte also von hier die Bombe deffen. Hatte ich Vertrauen, dass mein Team jetzt keinen durchlässt? Habe ich ihm meinen Rücken anvertraut? Let's distance, Allison. Throw in smoke. Schmeiße Flashbang. Oh, die auch. Nur einer. Ja, die gehen aber gegen das Gesicht, Tokio. Ich sehe gar nichts. Ich kriege den nach hinten. Einer kommt hinten. Ist tot. Ach, ich bin in Halle. Ich gucke mal, ich gucke lieber, ob der Typ da ist. Von der andere, der letzte. Ich bin in Halle. Decoil, aus. Statt mit Feuer. Grenade! 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 Oh, ich habe jetzt noch mit dir vom Gegner. Sagt, wenn der aus dem Haus rausgeht, der speist die Flash beim Feuer. Ich komm jetzt raus, Sven. Ok, ich speise Flash. Oh, ich treffe dich nicht damit. Links ist einer. Ich dachte, du gehst auch raus, nach links. Achso, achso. Ne, ich war ja komplett im Smoke, ja. Sorry. Ist auch noch einer. Ja. Viel Spaß da. Hast du ihn geredet? Ja. Oh, zwei. Die mit, komm, lenke sie ab. Nicht da lang, da kommen wir beide hin. Aua. Ich hab da noch eine Granate gehabt. Oh Gott, jetzt haben wir noch so wenig Leben. Klappt. Was hast du am Ende gesehen? Ganz am Ende siehst du die HP von den Gegnern. Was machen wir? Let's go! Throwing a decoy. I am throwing a grenade! I am throwing a grenade! Ich smoke nach links, dann bin ich... Oh, einer ist mitte durchgewehrschützt. Also ist mitte links, aber rechts stand keiner. Jetzt schon. Oh kacke. Noch einer CT Base hinten an der Ecke. Einer Mitte, Mitte. Ok, da sind es 3 vor dir. Ich hasse scheiß Smokegranaten zu werfen. Er trägt irgendwie so was zu sehen und schwindert die Füßen und das Ergebnis. Smokegranaten sind halt für Leute, die es nicht sehen. Es war halt Lack von dem blöden Paar. Wieso ist das wahrscheinlich gut gedacht für den blöden Paar, die da am Smoke abgegrischt hat. Bis jetzt kamen wir immer auf B drauf, als wir es versucht haben. Schau mal der Steh, die sind nicht so gut. Mittel von denen springt nie einer durch. Deshalb die einfach wirklich nur defensiv spielen. Mitte ist nix. Da will ich auch keine Ganate mehr hochschmeißen. Hm. Ich habe keine Ahnung wie viele von denen auf A sein sollen. Ich habe keine Ahnung wie viele von denen auf A sein sollen. Auf jeden Fall 2 Leute auf B, weil die zwei Smokes durchmussen haben. Ja, verdammt, jetzt würden sie... Wir haben einen noch von B weg. Oben in der Mitte sind noch 2 glaube ich, wenn links halt wirklich noch einer war. Also B ist auf jeden Fall noch einer. Das ist der letzte. Der letzte? Also einer. Die anderen beiden sind auf A. Ne, der hat auf jeden Fall eine A war auf B, damit lege ich mich nicht an. Kannst du mir irgendwie sagen, wo? Linke und rechts waren sie oben. Geh ins Haus. Da war jetzt gleich von hinten. Der ist tot, rein wieder. Ja, ja, ja. Geh hin! 5 Sekunden! Achso! Nein nein, der wünsche doch links und rechts. Ich wollte jetzt doch schnell die Bombe legen. Ich will das liebsten abdrücken, ey. Kenner. Ich gehe hin. Ich gehe dafür. Absolut unnötig, das zu sagen, jetzt. Das war's. Ich bin auf B, ja. Oh, Banane gerade. Die Granaten aus Banane. Eine. Ich gehe weiter raschen auf B. Let's go, let's go. Blasher. Nein, die kommen zurück. Wie seine scheiß Hände abgeprallt. ABP ist wieder down. Ja. Einer ist auf dem Spot. Ach, da ist er bei mir. Hinten? Da, am Auto. Warum, wer ist eigentlich so ein Smog? Warum hier jetzt nicht hin, weil die Smog da ist. Das sind zwei, oder? Geht nix. Von links, ja. Der andere, hol die Bombe jetzt schnell. Der andere kommt von Banane. Die Bombe und guck Banane. Okay. Jetzt guck. Jetzt geht planen. Waffe wechseln. Ja, perfekt. Ich habe noch eine Arme für dich. Ja. Hat der jetzt schon mit den Waffen? Ne, ne? Ne. Jetzt. Drei, zwei, eins. We must move. Dickel is out. B war immer einfacher. Also auf jeden Fall, links in der Seite steht immer ein ganz guter. Links hinten in der Ecke. Böhm. Bewegung. Oh Gott, ich mache nicht. Slash Team Flash jetzt. Scheiße. Sorry. Ja, wo wollen wir hingehen, wollen wir dann doch lieber auf B rotieren, jetzt wenn sie alle da denken? Ich bin drauf. Und auf eines ist mir hingefahren, am Balkon hockt er rum. Auf dem Balkon, okay. Ahm, ist er runtergesprungen wahrscheinlich, ja. 25 Sekunden. Was ist jetzt auf dem Spot? Zu außen könnte einer sein. Na, hat er noch eine HE gehabt? So, nur als Risiko, wenn sie jetzt auch noch kommen in der Wischen, hat er alles verloren. Jetzt wieder B. Ja, ja, klar. Ich hätte auch jetzt schon B gelaufen, hätte ich die Bombe gehabt. Ein Gegner ist gebottet. Oder dein schlechter. Da bin ich voll drauf. Hm, ich bin nicht gern. Ne, drehen Schüsse gut. Ach, war der Bot. Ein Glück. Einer rechts. Ah, da sind noch zwei drauf. Sind drei ins Land dann. Okay, dann lass ich dich da. Denk sie noch ab. Nein, da sind drei. Oh Gott, da hinten. Einer hat einen killed. Ah, einfach schon unten. Okay. 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 Ich glaube, dass sie einen Bot haben, haben wir halt den kleinen Vorteil, dass leichte die falsch verteilt sind. Was hast du für eine Waffe gehabt? Naja Naja Was hast du für eine Waffe gehabt? Naka Bei Nades Habe ich in die Entschuldigung keine schmeißen können Na 2 Schieß doch Oh Banane runter schon Jetzt habe ich die Bombe zurück geholt Letzte Runde Weiter Weiter Geht in eine B in eine andere A Keine gute Idee Anstrengend Müssen wir deine Waffe zurück holen Ne Neue Seite Ich denke mal ich gehe am besten B dann Ne komm komm Ja gut Banane auf B Bei B Bei Bombe auf B Banane einer zum Tod Na ja ist das frei geholt Ich gehe jetzt geholt Da kann man auch noch Räger in Pi nehmen Schon wieder einige Ja ok Banane ist Zeit Na Ist aber durch Wieder schon durch Geht Da du mit deine Waffe wieder Hehehe Die Fuse Keine Let's go Decoy Deploying Flashbang Throwing a grenade Banane ist keine Bewegung Banane ist keine Bewegung Die Banane ist nichts Komm schon Das ist was für eine Bank Ey Eine Bank aus Stahl Oder so Eine Terror Base Einer mit Vier Äh mit 300 B Ah Bombe ist falsche Mitte Ne Bombe ist falsche Mitte Mit O Oh Weil der den nur erwischt hast Da war einer Ah hinter mir Eine Bank Ich war nicht die selbe Bank wie ich meine Ok Obwohl das nicht war eine Bank Ah ok ich gehe fest So Ok im Wagen ist noch einer Und im Haus Ok ist ja die Bombe Warum soll ich da hingehen Jetzt im Haus Warte einfach bis er pickt Muss gar nicht gucken So Sag mir was Ist wahrscheinlich ein bisschen weit weg Ich glaube wenn du es hörst Aber ich höre es wahrscheinlich nicht Aber die Heubahn kommt da runter Jetzt Mh mh 10 Sekunden Ich stehe einfach weg Was soll ich machen? Ja Dann Oh Counter-Terrorist win! Noch im Haus Ey nicht mehr letzter Ich hab keine Bewegung auf B Doch einer hat Bewegung auf B Einer dauernd B Noch einer in der Banane in der Steinmauer Ja Und eine AWP-Bugel auch ein Ja, eine AWP bin ich Achso Nice Wollen wir den Bot aber nicht nutzen, dass einer einfach durchwascht Ist er wieder da? Ach, er ist ja da Rechtsverkehrs, ich finde rechts Decoys out Deploying Flashback Decoys out Decoys out Decoys out Decoys out Sonst sterbe ich Ja, Bombe ist hinten down Wer ist zweite Mitte? Zweite Mitte Ah, falsche Mitte Einer ist noch hinten T-Base Einer ist noch hinten T-Base Aber ohne die Bombe Der letzte ist eine T-Base Jetzt, nächst für dir Ist wahrscheinlich im Haus drin, ne? Nice Nice RB ist blöd Er passiert nix B W W W W Ich A Wie steht ihr auf A? Sonst? Äh, ich steh mal Mitte Ich steh mal Mitte Ich steh mal einem zum Haus Ne, ich steh in der Mitte Falsche Mitte? Ja, falsche Mitte Im Haus Grenade out Im Balkon oder kommt er von hinten? Hör ich nix Mitte jetzt hinter dir Da war ein zweiter und ein dritter Da war ein zweiter und ein dritter Geht Kurz eine Runde ohne Kommunikation Jo Muss ich ja die ganzen Zuschauer unterhalten Habt ihr denn schon jemanden mit einer echten Pistole geschossen? Total einfach Ich kann mich gar nicht verfehlen mit einer deutschen Pistole Mit einer P-18 aber wie die heißen Ich bin ein Teil der miese Schütze gewesen Aber mit der Pistole kann man nicht daneben schießen Ich bin ein Teil der miese Schütze gewesen Aber mit der Pistole kann man nicht daneben schießen Und da liegt ein Navigate in der Bist Und da liegt ein Navigate in der Bist Terrorist win We are out of here. Er deckt Mitte. Da auch eine richtige Granate gehabt. Schreifen sie A an, einer, kommt zwei. Ah, schade. Schreifen sie nochmal zurückkommen jetzt. Schreifen. 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 Hier Und da campen sie, da ist er da. Minuten lang campen sie vor dem Haus. Boah. Oh lakker. Hast du Geld für eine AWP? Kann ich nicht sagen, ich bin blind. Die kriegen wir, wenn wir gewinnen ja, wenn wir verlieren nein. 5300 habe ich, ja ich kann mir eine AWP kaufen. Kann ich eine holen? Ja. Eins, zwei, drei. Wir campen halt und warten, bis wir reinlaufen. Nice. In einem Haus oder was? Was soll der Mist? Falsche Mitte auf jeden Fall Steps, glaube ich. Oh, da steht die ganze Zeit in der Rauchgranate. Ich stehe vor der Rauch, er steht auf der anderen Seite. Ich gucke in den Gang rein, der Rauch geht weg und er schießt. Problem ist, wir haben einen Arsch dabei. Warum? Schau doch mal durch, wo einer steht. Er stand die ganze Zeit in der Ecke und hat die ganze Zeit geneift. Ich bin blind, ich bin blind. Abschuldigung! Bitte? Ah! Wo liegt deine Aave? Ja! Wo? Der Mitte? Na hab ich nicht gefunden. Fisch! Ich kann keine kaufen! Scheiße! Ah, leer die auch! Auch regelt Oh, haben doch nen Sniper hab ich nicht da auf mich gesehen Ich kann irgendwo nicht nicht schalten Ah, super B ist auf jeden Fall was drauf Ah Ich hab mich leider eingesmogen, ich will hier auf dem Smokhaus laufen Ich kann mich mit der Trauern Auf dem Spot B sind jetzt mehrere Und ich kann mich mit der Trauern Muss B sein Ist doch im Haus drin der Arsch Weiner Ja super Blau weiner, ist ja egal Ja Ja Ah, wechselt da die Stadt auch einer Hm, hm, ok Jetzt spare ich noch einmal, aber eine werden wir vielleicht noch verlieren Und dann schon was die Hm Dann fängst du an Jetzt natürlich 3b Viele Schüsse in der Mitte hinten immer noch Also unentschlossen Auf dem Selbst falsche Mitte Oder Mitte Mitte Ja da guckt keiner Mitte, das ist das Problem Smok Mitte Auf B Auf B An der Stein ist noch einer, an der Steinbank rechts, ja. Ups, das ist ja kein AWP. Unter dir! Okay, das sieht gut aus. Unentschieden. Die AWP hat ja einer geschnappt schon. Die Shotgun. Rush this out. Er hat einen AWP geschmitten, sie holt ihn ja. Ja, ich glaub, meine Shotgun. Einmal kann ich's noch riskieren, dann haben sie erst drei zu noten. Dann fängst du an. Das heißt, du gehst raus, dann guck ich, dass sie in der Mitte nicht durchkommen. Dass er nur von vorne bei dir kommen kann. Haben eh eine AWP in der Mitte. Geh ich der unter... Oh, man, B ist... Hier sind Schüsse noch. Bombe ist Mitte gesichtet. Gernade! Warte, Mitte, Mitte. Nein! Natürlich reicht jetzt nicht, 60, nein. Am Auto ist einer in der zweiten Mitte, dann in dem Haus in der falschen Mitte ist einer. Bleib ich hier. Gernade! Der könnte in dem Balkon rein. Oh, der fand die unten. Ah verdammt. Gernade! 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 Ah verdammt! Ah verdammt! Gernade! Gernade! Der Antioch jetzt gleich rein rennt Und links und in Ok, gewonnen Ok, das wär's mit diesem Match Bis zum nächsten Mal mit Counter-Global Offensive Nein, 4 Sterne Bis zum nächsten Mal Bye-bye